Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute treffen darf. Du bist in London geboren und 2006 nach Berlin gezogen. Wann war denn so der Punkt, wo deine Leidenschaft für die Schauspielerei entflammt ist? Ich glaube, das war tatsächlich dann schon erst nach dem Umzug. Es ging irgendwie damit los. Klar hat man immer in der Schule Theater gespielt, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe dann den Kurzfilm gedreht, das Stringpuppet, für die Berlinale 2008. Und da habe ich das entdeckt, was es bedeutet, Film zu machen und das hat mir sehr gefallen. Du hast gerade schon erwähnt das Stringpuppet. Du hast es sehr jung gespielt, einen Kindersoldaten. Wie bereitet man sich denn in so einem jungen Alter auf so eine Rolle vor? Ich glaube, da ist eher die Frage, wie wird man vorbereitet, weil man, glaube ich, mit so jungen Jahren selber jetzt keine Rollenvorbereitung macht und das auch alles gar nicht so richtig versteht. Ich hatte meinen ganz tollen Regisseur meinerseits, das weiß ich bis heute noch, Alexander Frank. Und wir haben das, oder er hat es mit mir sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Und er hat genau überlegt, wie kann ich so einem kleinen Jungen das erklären, warum er diese Emotionen so spielen muss, was der Hintergrund ist. Ich habe mir den geschichtlichen Hintergrund erzählt, den politischen Hintergrund erklärt und habe das auch alles ganz gut verstanden. Und genau, im Nachhinein kann man das natürlich alles viel besser verstehen als damals. Und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Schauspielerei ist ein schönes Hobby, aber ich möchte es auch als Beruf machen? Der Punkt kam für mich während der Schule. Ich fand Schule nicht schwer, aber ich fand es immer sehr langweilig. Und ich wusste zum Beispiel, ich glaube ja daran, dass generell viele schon sehr früh eigentlich spüren können, in welche Richtung es gehen soll. Und ich fände es besser, wenn man auch früher die Möglichkeit hat, sich weiter zu spezialisieren. Denn, wie gesagt, ich glaube, dass viele schon nicht unbedingt genau wissen wollen, was sie später machen, aber sie können auf jeden Fall zumindest sagen, was sie auf jeden Fall nicht machen werden. Wenn man da die Chance bekommen würde in der Schule, das auch weiter vertiefen zu können und nicht auch nur auf diesem allgemeinen Wissenslevel zu behalten, hätte man glaube ich auch die Chance, sich viel schneller dafür entscheiden zu können, was man machen will. Und für mich war irgendwie immer das die Motivation, die Schule weiterzumachen, obwohl ich es halt auch sehr langweilig fand und irgendwie sehr eintönig und auch einfach. Und genau, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ja, ich will Schauspieler werden, dann weiß ich genau, was danach kommt und deswegen mache ich es jetzt auch zu Ende. Hast du dann auch so Vorbilder, zu denen du aufschaust? Im Schauspiel nicht tatsächlich. Es gibt generell Vorbilder, ich weiß nicht, politische Vorbilder, Leute, die ich toll finde. Aber da so eine bestimmte Person mich festzuhangen habe, war irgendwie nie so das Ding, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht wieso, vielleicht kommt, vielleicht finde ich ja noch ein Vorbild, vielleicht sehe ich noch etwas oder jemanden und sage, ja, ich will genau so sein wie der. Aber ich finde vieles, was viele Kollegen machen, sehr, sehr, sehr toll, also die Arbeit. Aber ich habe jetzt ja nicht eine Person, an der ich mich irgendwie orientiere. Jeder Schauspieler hat ja so seine eigene Definition, was Schauspiel für ihn persönlich bedeutet. Was bedeutet das für dich? Schauspielen, generell Filme machen, Schauspielen, Theater zu machen, Geschichten zu erzählen. Man hat die Chance, Politik zu machen, ohne Politiker zu sein. Man kann die Gesellschaft reflektieren und spiegeln. Und am Schauspielen an sich finde ich immer so ein bisschen langweilig, darüber per se zu reden, weil für mich ist es eine Sache, die kann man sehr wohl trainieren. Man kann die spezialisieren und man kann auch viel klarer werden in der Art und Weise, wie man arbeitet, durch ein Studium oder durch Workshops und Training. Aber die Schauspielessenz, also das Spielen an sich ist eine Sache, glaube ich, meiner Meinung nach, die man nicht lernen kann. Man kann das oder man kann es etwa nicht, etwa entweder nicht. Und genau, wenn ich jetzt jemanden beurteilen müsste, ob er gut schauspielen kann oder nicht, dann ist es keine Sache, die ich erklären könnte, warum ich ihn gut finde oder schlecht finde, sondern entweder jemand kommt in den Raum, jemand fängt an zu spielen und man weiß sofort, glaube ich ihm das. Du bist sowohl auf der Theaterbühne zu Hause als auch vor der Kamera. Was machen beide Welten für dich so besonders? Ich habe und mache auf jeden Fall viel mehr Filme als Theater. Aber es ist natürlich klar, wenn du Theater spielst, stehst du auf einer Bühne vor Menschen. Die sind da. Es passiert in diesem Augenblick und man spielt auch einen Abend lang. Also es ist ja nicht so, wie beim Film, wo ich ein paar Szenen drehe oder am nächsten Tag weiterdrehe, sondern es ist ja tatsächlich so, dass ich das ganze Stück erzähle und das auch immer mal wieder. Und da sind Menschen direkt vor Ort. Und wenn Menschen direkt vor Ort sind, verändert das ja immer direkt alles, weil da sind ja immer andere Menschen, es können andere Sachen passieren. Die können unterschiedlich reagieren, was wiederum was bei mir auslöst. Also es ist natürlich eine ganz, finde ich eine viel, einfach körperlich anstrengendere, also als anstrengendere. Aber trotzdem kann man, die finde ich nicht vergleichen, aber ich finde, was man aus dem Schauspielen auf der Bühne und dem Schauspielen aus dem Film nimmt, was sich da in der Mitte trifft, ist irgendwie ganz interessant. 2015 hast du den Film Freistaat gedreht. Im Film geht es um Misshandlungen und Zustände in einem Erziehungsheim in den 60er Jahren. Du hast die Rolle des Anton gespielt und der Film zeigte diese Misshandlungen und Zustände ziemlich schonungslos. Also für schwache Nerven ist ja nichts. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor und wie sind dann die Dreharbeiten über? Trägt sich so die Stimmung vom Film auf das Set? Bei Freistaat war das tatsächlich eine große Herausforderung per se einfach, weil es ein historischer Film war. Ich habe eine Rolle gespielt, die mit mir als Langston nichts zu tun hat. Heißt, der Zugang zu finden, das war tatsächlich nicht so einfach. Was mir dabei sehr geholfen hat, ist, dass wir im Originaldreh-Schauspielort gedreht haben. Heißt, genau da, wo wir gedreht haben, sind auch alle Sachen passiert. Und so ein Haus bringt natürlich von Haus aus eine Stimmung mit. Und das war einer der Hauptgründe, die mir irgendwie so ein bisschen dabei helfen konnte. Dazu sind wir eine Woche vorher hingereist und hatten eine Woche Zeit, uns da irgendwie einzuleben, haben geprobt. Und irgendwann hat man dann schon gemerkt, irgendwie draußen ist Sommer, alles ist voll schön. Und dann, sobald du ins Haus reinkommst, war die Stimmung dann schon irgendwie anders. Und das hat mir dann irgendwie dabei geholfen, weil die allgemeine Stimmung einzufangen, Ich finde immer so, die grundlegenden Sachen, wie eine Figur läuft, wie sie geht, wie sie überhaupt redet von der Betonung her, von der Stimme, das sind irgendwie immer die Sachen, wo es manchmal ein bisschen Zeit braucht, bis man das findet. Und das habe ich irgendwann gefunden. Und dabei hat es geholfen, einfach wirklich da zu sein vor Ort. Eine ganz andere Seite von dir zeigst du im neuen Film von Annika Decker, High Society, wo du mit Schauspielgrößen wie Iris Berben und Katja Riemann gedreht hast. Schaut man sich da was ab? Schaut man sich da was ab? Konkret nicht, aber man schaut sich einfach ab, professionell zu sein. Also es ist dann doch irgendwie schon beeindruckend zu sehen, wie professionell die einfach mit ihrem Beruf umgehen, wie die auf den Punkt spielen, wie sie auch mit dem Drumherum umgehen. Sehr, sehr cool, sehr, sehr entspannt, sehr locker. Katja Riemann war super, super zugänglich, habe mich mit ihr super gut verstanden. Und ihre Sperben einfach genau, also einfach Meisterin ihrer Kunst. Und was macht High Society für dich als Film so besonders? Für mich persönlich war es halt einfach das erste Mal so eine Kino-Komödie zu drehen, wo es eigentlich hauptsächlich in Forderung geht, die Leute zu unterhalten, nicht wie bei Freistaat irgendwie zu bilden oder aufzuklären. Und es war tatsächlich eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Und ich finde, es ist auch ein toller Film da rumgekommen. Mit Annika Decker zu arbeiten war eine Bereicherung, richtig, richtig schön. Und irgendwie genau, aus dem Film haben sich irgendwie tolle Leute gebildet, eine coole Gruppe an Leuten, die sich da irgendwie kennengelernt haben und an der Sache gearbeitet haben und verstehen uns weiterhin noch sehr gut und sind gut in Kontakt und wir freuen uns, dass der Film irgendwie sehr gut läuft. Wir haben gestern herausgefunden, dass wir 500.000 Zuschauer schon hatten. Und ja, tolle Erfahrung. Das ID-Magazin hat dich im Februar zu den vielversprechendsten deutschen Schauspieler von morgen gezählt. Wie hast du darauf reagiert, als du das erfahren hast? Ich bin einfach sehr gefreut, weil das immer so die Sachen sind, wo man sich nicht immer direkt erklären kann, wie, dass man wahrgenommen wird. Das vergisst man ja immer oft, dass man denkt, okay, man arbeitet vor sich hin. Und wenn dann bei so einem Magazin oder irgendjemand nicht, weil, also ohne, dass es vorher mal einen Kontakt gibt, dich wahrnimmt, einfach so aufgrund deiner Arbeit, ist es natürlich eine super Ehre. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen. Du bist in London aufgewachsen, sprichst also Englisch und Deutsch fließend. Lockt dich da so der internationale Markt? Schon, aber alles irgendwie mit der Ruhe, sage ich immer. Also eigentlich will ich mich hier konstitulier aufbauen und tabieren, um dann da zu schauen, was geht. Ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal was Internationales gedreht, Berlin Station, eine Netflix-Serie. Das war hier in Berlin. Und mal schauen, was denn passiert. Ich mache jetzt als nächstes eine deutsche Netflix-Serie. Die natürlich auf Deutsch gedreht wird, die bei natürlich super viel internationalen Flair hat, weil es natürlich Netflix ist und die in Amerika sitzen. Also ich denke mal schon, dass da einiges passieren kann. Und wenn du sagst, es kommen viele neue Projekte, gibt es so eine Traumrolle, wo du sagst, die würde ich unglaublich gerne einmal spielen? Ja, gute Frage, wird mir wie oft gestellt. Eine Traumrolle. Fände ich sehr schwierig, mich da ungefähr festzunageln, aber ich denke mal, es wird eine Traumrolle geben. Ich hoffe, sie wird kommen. Und man wird es dann danach wissen, dass es die Traumrolle war. Ich finde alles Historische, Politische immer sehr interessant. Und genau, mal sehen, was da kommt. Aber ich denke mal, die Traumrolle wird noch dabei sein. Du hast ja noch so eine Art Nebenjob, bei dem ein Foodtruck eine große Rolle spielt. Was genau hat es damit auf sich? Ja, es war eine kleine Spinnerei gewesen. Mit fünf Freunden haben wir einen Foodtruck auf die Beine gestellt, der jetzt hier anfangen wird, in Berlin an verschiedenen Orten und Märkten und Veranstaltungen zu verkaufen. Wir machen da eine japanische Nudelsuppe, Ramen heißt die. Und ja, wir wollen ein bisschen Rahmen nach Berlin bringen. Und ja, es ist einfach eine total lustige Sache, die wir irgendwie als Freundschaftsprojekt machen. Du bist auch ein sehr politisch engagierter Mensch und möchtest deine Öffentlichkeit auch dazu nutzen, um auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen. Was ist dir dabei so wichtig? Also generell finde ich es wichtig, dass man mit einer Öffentlichkeit versuchen kann, was ich versuchen muss. Ich finde, das ist eigentlich eine Verantwortung, die man wahrnehmen muss, irgendwas anzustoßen. Also nicht nur irgendwie Quatsch zu machen, nicht nur auf seine eigenen Projekte hinzuweisen. Wenn man schon Leute hat, die einen zuhören, das auch nutzen. Wenn man eine Meinung hat, sie zu vertreten, über eine eigene Meinung zu haben, spornt ja auch andere an, über ihre eigene nachzudenken. Hast du dann so den Traum von der perfekten Gesellschaft? Wie würde diese aussehen? Ich glaube, dass wir eigentlich grundlegend in einer sehr tollen Gesellschaft leben, weil wir viele Möglichkeiten haben. Wir können alles sagen, was wir wollen. Wir können alles denken, was wir wollen. Wir können eigentlich alles tun, was wir wollen. Und klar, wir haben auch Gesetze, auf die man sich geeinigt hat, die auch Konsequenzen beinhalten können, wenn man sich vielleicht nicht an irgendwas hält. Aber man kann es per se erstmal tun. Und man wird auch, wenn man etwas falsch macht, vor einem ganz normalen Gericht fair behandelt werden. Und nicht aus Willkür oder wenn man irgendwas anderes glaubt, irgendwie anders behandelt werden. Das ist erstmal, glaube ich, ein paar Sachen, wo wir das große Glück haben, das auch nicht überall auf der Welt so ist. Und dann finde ich einfach, dass alles einfach sozialer werden sollte. Und dass wir einfach anfangen zu verstehen, dass nur weil ich es jetzt persönlich gerade geschafft habe, sehr viel Geld zu haben, dass es plötzlich heißt, dass ich nicht mehr erst abgeben kann. Weil abgeben heißt in diesem Land ja eigentlich nur Steuern zahlen. Und Steuern zahlen heißt ja, dass ich nur wieder in mein Land zurück investiere. Also wenn ich morgen all mein Geld verliere, muss ich nicht auf der Straße sitzen, sondern der Staat unterstützt mich. Also ein bisschen langfristig denken und einfach, dass wir so ein bisschen weniger Geiz haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Letzte Frage. Wie sehen deine Wünsche für die Zukunft aus? Also deine persönlichen Wünsche? Meine persönlichen Wünsche für die Zukunft? Natürlich erstmal Gesundheit und dass alles irgendwie so weiterläuft, wie es gerade tut. Und es läuft sehr gut. Ich freue mich auf die Projekte, die ich jetzt noch mache dieses Jahres. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin gespannt, was da alles so kommen wird. Und ich hoffe, dass in vier Jahren der Bundestag vielleicht ein bisschen anders aussieht.